hallo herzlich willkommen bei WMTV und zu einem weiteren netzfun und zwar diesmal mit meiner freundin michelle und zwar diesmal alleine ohne marius und ja ohne die boards of deal genau und ja wir spielen heute octa dead und nur noch mal was geben das bild's gut stich ich glaube ich habe ja schon wie gesagt Warte, hier! Heute ist ein großer Tag! Es ist über Nacht! Du musst hurryn, dear! Das ist ja menschlich wie irgendein Oktopus und ich... Hau das bloß nicht um! Ja, ne, das ist aber schlechter vor allem wie so Umhauen gemacht! Das hängt sie nicht, ne? Nö, eigentlich läufts relativ flüssig. Der Typ, der bewegt sich halt nicht so flüssig. Guck mal, der macht ja gottliche Übungen im Stehen, ey! Hahahaha! Bäha ha ha! Ah! Ist ja ein Lichtjungen, steilrnig in die Richtung! Ich muss mich vorab schonmal für mein Lachen entschuldigen. Das ist nunmal. Ich habe zwar schon einige der Trades davon gesehen, aber spich da ist einfach nur Hammer! Uh, ja... mit dem Sportgenabschlitzel schnitt ja ey, beruhig dich mal bitte ey, der braucht nur wieder was ey, der kommt nicht mehr runter, der Junge ey oh Gott so, jetzt hat er sich noch ein bisschen beruhig aber aber immer noch irgendwie also die Zugehöhne in der Hüfte hat er echt der Wahnsinn der Typ, ey so, ist das scheiß Ding mal zu greifen ja, nein, 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 nein ja, ey, ich weiß, dass es piept oh ich fing das hier selber einfach na, der braucht nur, ey das war immer nöger Typ, ey zum Tintensack aufm Rücken ja ich bin jetzt ausgeschalten ausgeschalten oh verstehst du die ganze Kommode, Mann mach ich gerne ja, 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 schieb gern die Einrichtung guck dir das mal an, hier ja, ich suchte die Schlafzimmer, Gart wuuuhu ey, wir können gar nie ne? ja, man geht, ey er ist King of Julian und kann nicht aufher zu tanzen er tanzt den Mamba das ist irgendwie schon grad ein bisschen verrückter Typ Hehehe, gerade eben war ja nicht so drauf! Nö, irgendwie nicht. Oh Gott! So, haben wir das bald jetzt mal abgeschlossen? Yay! So, jetzt gehen wir! 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 Das sieht so geil aus! Jo, steck mir was, bitte, schneller! Komm runter! Hm, runter vom Bett! Fühlt sich auch wie ein Hund, ey! Runter vom Bett! OOOH! Ich weiß nicht, aber das ist immer so praktisch, aber wenn du ein Nestbag ist, dann wieder durch die Decke abgehauen, ey! Ja, ne, ich auch noch nicht das sehe, also das ist ganz komisch gerade! Tja, was man beziehsweise kann, ne? Oh! Na, wie wird denn das, ey, wenn der bei den Tobi ist? Oh! Oh! Na, wird schwer! Wenn ich da, äh, über... Guck mal, eine große glückliche Familie! Ja, wenn ich den Weg über die Decke nehme! Oh, ho, 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 ho! Wahnsinn, ey! Alter! Er hat irgendwie heute Bock auf Decken laufen! Aber guck dir das an, hier! Eine große glückliche Familie! Yeah, ja, wisst ihr was genommen? Wir haben das erstes Kapitel abgeschlossen! Warum ich hab ich das Spiel geschoben? Keine Ahnung, frag mich nicht! Ja, das ist immer diese entspannten Sessel natürlich recht! Ja, Mann! Die Chill Lounge von Octoday! Oder... Und ich hab jetzt... Ist ja Englisch könnte ich jetzt hier rumprallen! Total! Da steht doch nur die Hälfte von dem ich lese, aber... Ja, komm! You, doll and banana! Oh, mein Gott! I am kein Englisch! Äh, scheiße! I am kein Englisch! Oh, mein Gott! So... Booga! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Alter, ey! Wenn ihr nicht gleich kommt! Ja, bestimmt, ja! Wir sehen dir den Tentakel, ey! Ich kann's nicht überall verschnappen! Hallo! Oh, mein Gott! Ist doch schön, dass Octoday laden muss! Ja! Guck mal, wir ballerieren! Ey, er macht schön seine rhythmischen Übel hier! Oh, mein Gott! Man kommt in den Raum und er fängt halt an zu trainieren! Er ist doch echt der Wahnsinn! Ja, er freut sich schon auf heute Abend! Ja, bestimmt! Mit seiner Frau, alleine! Ja, mit seinem romantischen Dinner und er verfängt sich hier im Stuhl! Es ist zwar ein Hocker oder ein kleiner Tisch, aber okay! Ich wusste gar nicht, dass das ein Stuhl ist! Warum hebt der eigentlich immer ab, wenn ich... Komm, wir gehen zuerst in die Küche! Ähm... Ähm... So, wir lassen uns mal runterkommen, dass der nicht mal ein bisschen stilliger ist! Nein, ich will nicht in die Küche! Ja? Seine Frau gehört in die Küche! Ja, ich kann es nicht. Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann mit dir bist... Das muss ich mit dir provechern! а Mann... Ja, hast du in die Böge... Äh... Ist das ok? Mein Gott! Oh mein Gott! Hätt aufgehört! Du bist so kalt, Mann! Hätt aufgehört, die Typ zu randern! Ey, der kann das bestimmt noch gut, ey! Ja, so wie du in die Wälder warst! Gameface! Das ist irgendwie... Ist ja scheißegal, Hauptsache es ist irgendwie jene. Oh Gott, was kann das jetzt werden, ey! Ja... Wie gesagt, ähm... Ja, ich glaube, ich müsste eh mal die externe Festplatte anschließen, dass ich mehr Spanienplatz hab. Dann machen wir das in eine Action-Folge. War schonmal sehr lustig jetzt. Und dann hoffen wir, dass ich mich mal beruhigt habe mit seinen Hüftbewegungen und da... bisschen Ruhe reingekommen ist in sein Leben und dann... Ich hoffe, dass ich dann kommen! Wir sehen uns in eine Action-Folge. Ciao! 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 Ciao!